So, da sind wir wieder. Ich habe keinen Plan, wo ich war und wo ich hin muss. Und wo ich hergekommen bin. Digga, die Mucke ist so Final Fantasy-like hier. Wo kam ich denn her? So, der Stand der Dinge war ja, ich habe eine Shotgun ohne Muni und eine Pistole ohne Muni. Ein Schuss, digga, geil. Kann man irgendwie Dual-Wield finden? Oh, ich bin sogar richtig gelaufen. Mom schreibt, are you okay? You better come home now. I'm getting worried. Äh, yo. Das ist schon... Ah, Alter! Ich habe keinen Bock mehr. So, Leute, wir gehen jetzt alle ins Bett. Digga, wir gehen alle ins Bett. Das war es mit der Aufnahmesession. Ach, Digga, ich habe mich ja instant wieder so geschrucken. Was sitzt der da hinter dem Auto, Alter? Oh, geile Spritze. Gib mal Muni oder so, Bro. Ein ganz ungutes Gefühl. Hallo? Erstmal Licht ausmachen. Ja, moin. Sag es hier, did I can... Ja, okay. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. So, I need to head to Saxon Avenue, Junge. Geil. Canina. Junge. Canina, Digga. Leute, seht ihr das auch? Ähm. Ähm. Muss das sein? Was ist das, Junge? Äh. Hallo? Kann ich helfen? Ey, Junge, warum? Oh, Alter, was ist das, Junge? Also, wenn ich die Wahl habe, da weiterzugehen und hier, dann denke ich mal, gehe ich bei hier rein, oder? Ah, Digga. Ah! 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 Wo kam er denn jetzt her? Alter. Junge. Digga. Ich habe da kurz an die Wand geguckt, auf einmal steht der Mongo da rum. Und ich sehe nichts mehr. Alter. Ey, Mann. Ich habe doch nur diesen scheiß Stopp hier. Äh. Bleib ganz ruhig, ja? Oh, hi. Äh. Digga. Komm doch mal ein bisschen näher. Ja. Volltrottel, Digga. Oh. Alter, ich habe alles das Gefühl, hier kommt irgendwas von hinten. Ey, hier sitzt doch gleich wieder irgend so eine Ratte drin. Alter, ich habe so einen Haufen Scheiß in der Hose. Holy moly, ey. Oh, Alter. Der zieht dir einfach seinen Schwanz rein. Oh, Mann. Ach, Digga. Ich erschrecke mich heute vor allem. Du, Heslon. Alter, als ob du mich triffst. Komm her, Junge. Wir machen rum hier. Ja, Mann. Schön runter mit dir. Ach, du Scheiße, Digga. Wer ist er denn, Alter? Sag mal, bist du scheiße? Böser Johnny. Was für ein Penner. Oh, Junge, ey. Warum spiele ich die Scheiße hier? Ja, seid ihr irgendwie witzig? Mann, muss ich hier alles durch diese Scheiße durch? Ja, danke. Moin. Ah, da hinten stehen ja neue Freunde. Moin, Jungs. Oh, oh. Ah, 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 ah. Digga, bist du auf Crack oder so? Ah, 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 ah. Er will unbedingt zu mir. Alter. Junge haben die mich umgeknattert. Was ist das denn? Vor allem, wo stand denn der andere? Junge, lass mich doch raus Hey, wo kam denn der andere her? Geh wieder da rein Ich kann nicht wieder da rein Äh Wo kam denn jetzt der andere her? Fall doch mal um, Junge Ich hab das Gefühl, das funktioniert nicht Geh weg Jungs Scheiß Baum Sag mal Digga, die können wir doch nicht hier vier von diesen Kackehölken Ach Digga Was ist los mit euch, Leute? Ich glaub, der Schwierigkeitsgrad des Spiels hat enorm zugenommen Ähm Ja, warum macht ihr hier so eine Kindersicherung rein, Leute? Das ist doch einfach nur nervig Hallo Geil, so viel Muni verschwendet Alter, bist du das? Oder ist das hier wieder einer von den Lustigen? Äh Ey, ist meine Glocke irgendwie kaputt? Jetzt frisst der alles Tonband Irgendwas sinnvolles Außer Fahrräder Wieso hab ich das Gefühl, ich bin jetzt richtig am Arsch Jetzt mal ernsthaft Wer würde denn da reingehen, Jungs? Irgend so eine Gasse Da geht's runter in so eine Holztür, Junge Bei welcher Sekte bin ich denn jetzt drin? Das ist ja算 Untertitelung des ZDF, 2020